Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. Minecraft. Ja. Hallo, hallo, hallo. Wir sind wieder mal bei Minecraft. Das sagte ich bereits, aber man kann es nie genug sagen. Ich wusste jetzt, das war ein falsches Texture Pack. Das habe ich mir mal irgendwo geholt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es total bescheuert. Habt ihr ja selber gesehen. Das sah genau aus wie ein ganz normales Texture Pack. Nur das ist, ja, das ist Holz, Eis. Und ja, hat sich wohl keiner, keine Mühe gegeben. So. Wir waren gerade dabei, Holz zu hacken. Holz, Holz. Ja. Wir machen einfach weiter, da wo wir aufgehört haben. Hm. Aber kurz nochmal die wichtigste Frage des Tages. haben wir es auf, nee, auf friedlich, auf einfach müssen wir stellen. Wir wollen ja auch was zu tun haben. Je bessere Ausrüstung wir haben, steigern wir uns auf eine neue Schwierigkeitsstufe. Das werden wir aber nicht übertreiben. So, Herzen noch voll. Hunger haben wir noch keinen. Blam, 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 blam. Hm. Ach, die Sonne scheint bald unterzugehen. Dann bauen wir jetzt erstmal aus dem Fichtenholz nochmal Fichtenholzbretter. Fichtenholzbretter, 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 Fichtenholzbretter. So. Brauchen wir noch einmal einen Holzblock. Dann haben wir nochmal 64. Holztime. Dann können wir uns eine etwas größere Bude bauen. Hey, ich hab dir da etwas gehört. Habt ihr angehört wie so ein Enderman? Uh, Eis. Schlittschuhparty. So. Boom, 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 boom. Puma. Hm. 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 Schäfchen. Wow. Berge. Das ist meine neue Schafherde hier. Erstmal brauche ich nur eins und das bist du. Oh, es wird dunkel. Hm. So. Jump, 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 jump. Leggy. Jump, jump, jump. Schnell, schnell, schnell. Ich glaub, wir bauen eine kleine Bude auf dem Haus. Äh, so was. Haus. Berg. B-R-I-R-G. Gott. Ah, schön. Wie sich die Nacht... Gibt... Gibt... Da ist die Sonne. Da ist schon der Mond. Okay. Das ist cool. Ah. Wir sind fast oben. Fast oben. Fast oben. Ich hab was gehört. Was war das? Ich sehe nichts. Oh Gott. Die letzten Sonnenstrahlen schwinden. Schaf. Und ein... Ich dachte, ich hab da was gesehen. Hey, da hinten ist ein Schwein. Ich glaub, hier über Nacht passiert hier nichts. Also hier nicht. Dann bauen wir mal ab, damit wir uns hier was bauen können. Hm. Blöp. 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 Eine produktive Nacht wird das, liebe Freunde. Bringen wir alles auf eine Höhe. Ach ja. Na komm. Aber da kommen wir nicht. Du nervst mich? Hm. Ach ja. Es ist mir leid. Aber erst mal müssen wir uns um die anderen Sachen kümmern, damit wir uns was Schönes bauen können. Ja. So ist es nun mal. Der letzte Holzblock fällt. Also, ich arbeite auch als professioneller Buddler. Ihr könnt mich unter dieser Nummer erreichen. 0 0 0 0 1 3 4 6 9 2 7 8. So. Wenn ihr da anruft, kommt ihr zu mir. Dem Buddler. Hey. Gucken wir mal, was hier oben abgeht. Nichts. 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 Jetzt kriegen wir auch noch Masse Erde. So, und dann schießen wir auch gleich an unseren Tunnel an. So. Du, 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 du. Ah, so. Hm. Ihr fragt euch. Warum baut ihr denn nichts? Ein Werkzeug oder Werkbänken? Ja, weil die Zeit noch nicht gekommen ist, Leute. Erst mal alles hier abbauen. Ich glaube, wir arbeiten die Nacht durch. Da gönnen wir uns aber nächste Nacht noch einen Faustschlaf. Es wird schon nicht so schlimm sein. Hm. Hm. Was wird dann unser Berg? Unser Berg. Leggy? Ja, Leggy. Total. Das ist ja super hier. Okay. 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 Das Projekt rückt näher und näher und näher. Bis es dann irgendwann da ist. Aber es kann noch einen kleinen Moment dauern. Einen kleinen Moment aber nur. Mehr nicht. Das sind auch die Nachteile in Minecraft. Bevor man sich irgendwas Cooles bauen kann, muss man erstmal alles in richtige Ordnung bringen. Vielleicht bauen manche auch drauf los einfach. Aber erstmal scher jetzt eigentlich gar nichts hier an Monstern. Nein, wir gucken da nicht drunter. Oh oh. Creeper. Ha, passt ja. Der erste Monster war ein Creeper. Wie viel Erd... Oh, wir haben ja schon ein bisschen Erde, ne? So. Sap. 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 Oh, jetzt haben wir schon vier Setzlinge. Oh, scheiß Skelett. Skelett, 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 Skelett. Das hätte ja irgendwann mal so kommen müssen. Komm. Ey. Mit der Forst ist ein bisschen schwer. Ah, komm. Auf geht's. Auf, geh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Zombie. Verdammt. Da hast du noch nicht gesehen. Spannend, komm. Sterb, sterb, sterb. Sterb. Okay, es wird langsam wirklich Zeit, dass wir mal was bauen. Oh, drei. Zum Glück drei. Jamm, 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 jamm. Das wird so unsere Anzeige noch nicht ganz... Hat er uns gesehen? Knapp davor. So. Das war's jetzt erst mal. Ähm, ja. Es geht bald weiter. Im nächsten Part mit dem spannenden Volt. Und wir sehen uns. Cheerio.